Dran. Versteckte Funktionen. Teil 4. Objekte, Anordnung und Ausrichtung. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Dran und wie diese angewandt werden unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter Wir öffnen Dran. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei Dran.objekte.odg Ändern der Anordnung von Objekten Die Anordnung bezieht sich auf die Ebenenlage, das heißt welches Objekt liegt über welchem Objekt. Wir werden nun die Anordnung von Objekten ändern. Wir klicken die Folie je 9 an. Wir klicken auf ein Objekt, zum Beispiel den Kreis. In der Symbolleiste Standard wählen wir, bei dem Symbol Anordnung, den schwarzen Pfeil. Nun haben wir die Möglichkeit, ein vorher ausgewähltes Objekt, in der Anordnung zu ändern. Ein ausgewähltes Objekt kann ganz nach vorn, nach vorn, nach hinten und ganz nach hinten, gestellt werden. Wir ziehen das Menü nach unten, damit es schwebt. Wir spielen jetzt die einzelnen Anordnungen durch. Wir werden nun Objekte in ihrer Position ausrichten. Dazu muss im Menü, Extras Optionen Raster, ein Häkchen gesetzt sein bei, Fangen an Fanglinien. Das Einrasten von Objekten an Fanglinien, kann im Menü, Extras Optionen Raster, mit dem Wert bei Fangbereich, zum Beispiel 20 Pixel, unter Umständen verbessert werden. Wir klicken die Folie E6 an. In der Symbolleiste Standard wählen wir, bei dem Symbol Ausrichtung, den schwarzen Pfeil. Wir ziehen das Menü nach unten, damit es schwebt. Nun haben wir die Möglichkeit, Objekte auszurichten, nach links, zentriert und rechts, sowie nach oben, Mitte und nach unten. Wir spielen jetzt die einzelnen Ausrichtungen durch. Bei, einem, ausgewähltem Objekt, bezieht sich die Ausrichtung auf die Seite bzw. Folie E6. Bei, einem, ausgewählten Objekten bezieht sich die Ausrichtung relativ zu den Objekten. Eine weitere Möglichkeit für das Ausrichten sind Fanglinien. Mit gehaltener linker Maustaste vom Lineal aus, können wir eine Fanglinie nach unten ziehen. Es können beliebig viele Fanglinien, horizontal und vertikal, gezogen werden. Fanglinien können auch über das Hauptmenü, Einfügen Fangpunkt Linie einfügen, hinzugefügt werden. Es kommt dann eine Dialogbox mit den Auswahlmöglichkeiten, Punkt, Vertikal, oder Horizontal, und die Angabe der Position. Mit einem rechten Mausklick auf die Fanglinie, kann man die Fanglinie bearbeiten, oder die Fanglinie löschen, auswählen. Über das Hauptmenü an Sicht Fanglinien können folgende Einstellungen vorgenommen werden, Fanglinien sichtbar, an Fanglinien fangen und Fanglinien im Vordergrund. Wenn die Fanglinien nicht sichtbar sind, haben sie auch keine Wirkung. Nun können wir Objekte beim Verschieben, an der Fanglinie bzw. den Fanglinien, einrasten lassen. Dann können wir auf den Fanglinien fangen. Fanglinien können auch zum Lineal zurückgeschoben werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017